Wie ich zu diesem Job gekommen bin, ist eine ziemlich lustige Story, weil mein Zahnarzt mich auf den Job hier gebracht hat. Und ich fühle mich hier sehr wohl, was ich vorher in keiner anderen Firma so hatte. Ich heiße Matthias Praser, bin Steuerberater und ich leite die Kanzlei ETL Freund und Partner in Weißwasser. Es ist tatsächlich so, dass ich hier in der Kanzlei groß geworden bin. Meine Mutter hat die Kanzlei 1991 gegründet. Ich bin 1994 in die Ausbildung zum Steuerfachangestellten dazugekommen und habe die Kanzlei im Jahr 2018 übernommen. Habe vorher meinen Steuerberater abgelegt. Unsere Mandanten sind überwiegend Handwerker und Dienstleister. Wir haben auch eine Spezialisierung der Heilberufe, Ärzte und Zahnärzte. In so einer Kanzlei, die so klein ist wie wir sind, fünf Mitarbeiter zurzeit, hat jeder die Aufmerksamkeit, die er braucht, aber jeder hat auch seinen Freiraum. Ja, freundlich. Es ist eine sehr familiäre Umgebung. Die Kommunikation findet definitiv auf Augenhöhe statt. Man wird wertgeschätzt, man wird hier gut aufgenommen, man wird wirklich gut begleitet. Man wird auf jeden Fall nicht ins kalte Wasser geschmissen und eben auf alles vorbereitet, was passieren kann. Was mir besonders wichtig hier ist, ist, dass ich mich mit den Kollegen austauschen kann. Dass die Leute auf jeden Fall ein offenes Ohr füreinander haben, wenn es Probleme gibt, wenn man irgendwie Fragen hat. Dann habe ich immer jemanden, mit dem man sich austauschen kann und wo man das Problem aktiv angehen kann. Das Wichtigste ist für mich die Zufriedenheit, die eigene und die der Mandanten. Die Arbeit muss erfüllend für uns sein und die Mandanten müssen merken, wir machen es mit Herz und Seele. Mein persönliches Ziel auf Arbeit ist immer glücklich zu sein und Spaß an meiner Arbeit zu haben. Auch das an alle anderen weiterzugeben. Eben auch an die Mandanten, an die Mitarbeiter. Das Beste an dem Job ist, wenn man jetzt merkt, ein Mandant hat Probleme und man kann diese Probleme beheben, dass da die Dankbarkeit von der anderen Seite auch kommt, wo man dann merkt, man hat was bewegt, man hat was gemacht und man ist auf jeder Wellenlinge mit den Leuten. Die Kanzlei Freund und Partner ist nicht nur ein Name, sondern eben auch gelebt. Wir nennen uns auch Freunde und Partner mit den Mandanten, weil wir auch mit den Mandanten so umgehen, wie wir es selber erwarten von unseren Geschäftspartnern. Und das ist doch sehr freundschaftlich mit den Mandanten und das macht uns sehr viel Spaß.